Oh Bei diesem Flecker sind wir mal wieder Das ist geil Schule, wo gehst denn du hin? Geschleichte! Er? Finde ich gut, finde ich gut, ja, gehen wir sicher jetzt aber mal beten. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich schon wieder mal am Arsch bin? Oder kriege ich wenigstens ein paar normale Gegner? Ja! Normalus! Scha, 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 scha! Normale Gegner! Normale... Ja, ich kriege von den normalen Gegnern eine Bar rein in die Barben. Aber trotzdem! Normale Gegner! Endlich, endlich wieder normale Gegner, Digga! Bist du, Deppert! Wahrscheinlich von denen kriege ich nicht mal irgendwas göttliches daher. Warte, wenn ich den... Achso, ich kann schon wieder nicht schießen... Ey, ich hab gar nichts zum Schießen! Der schaut richtig kacke aus. Gar nichts zum Schießen, das ist ja Wahnsinn! Dann. Also, der ist wieder da oben, damit ich gonna rät nicht einfach haben und schießen kann, oder wie? Ey, 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 ey. Ich werd mir trotz einmal gönnen, in der Hoffnung, dass ich적es Gescheites krieg. Wow! Nicht einmal ansatzweise. Super! Bleiwand! Ey, ey! Da wird nicht geschossen, mein Freund! Kann ich hier wenigstens ein bisschen farmen oder so? Damit ich wenigstens sage, ich kann mich ein bisschen austoben von den Punkten her. Dass ich mich wenigstens in der Richtung so dermaßen austoben kann, dass es ein Level abgeben könnte. Immer wieder. Wie wäre es einmal, wenn es keine Leute von dir gibt, mein Freund? Damit ich die nicht gleich erkenne. Schaut ganz, ganz anders aus, mein Freund. So schaut es aus. Im Schneckenhaus. Da ist eh, da ist eh keiner auf der Decken, aber nein, ich hoffe es einmal nicht. Ich hoffe es einmal nicht, bis deppert. Bis da wieder aufpassen. Gefährliche Ase. Was ist mit dir? Alter, der hat sich auch versteckt, auf gemütlich oder was? Er hat sich ja richtig auf gemütlich versteckt. Macht er auf tot oder ist er wirklich tot? Schaut, der Blastmann. Ah, hoppala. Wir gehen erst mal weiter. Da ist rot. Da ist rot. Boah, göttlich. Plus 17. Wo ist es mit euch los? Hunde, das muss ich jetzt aber angehen. Und wenn ich dabei draufgehe, das ist wurscht. Der hat nur göttlich, Budi. Muss ich ausduzen. Der hat gute Sachen. Gute Sachen, Bruder. Wenn der Meier geht. Wenn der Meier geht. Ja. Was? Schmeckt. Da ist wenigstens was weitergegangen. Immerhin. Ich darf mich jetzt nur nicht Fuhren sichern lassen. Scheiss Ausdauer. Oh, 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 oh. Jo, ho, ho, ho. Seid her. Erforderliche Fähigkeitswerte. Oh mein Gott, Leute. Da beginne ich jetzt schon mit 12 und das Ganze. Ei, 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 ei. Aber 49% Schadensreduktion, Leben, Amelita, Ausweichen, Sprint. Ja, dann schau ich halt einfach, dass, ja, es zahlt sich jetzt gerade aber trotzdem nicht aus. Muss ich noch warten, muss ich noch warten. Aber ich tue es trotzdem sperren. Ich tue es für die Zukunft trotzdem sperren. Kann ich auch wieder nicht. Wieder, Fähigkeitswerte ist zu wenig. Wieder, Fähigkeitswert ist wieder zu wenig. Great. Da muss ich noch warten. Na ja, vielleicht haben wir aber jetzt wenigstens irgendwas Gescheites. Okay, ja, aber auch nur, weil ich es habe, hätte ich gesagt gehabt. Aber auch wirklich nur, weil ich es habe. Ich bleibe trotzdem bei dem. Irgendwie, ich bleibe einfach trotzdem mal bei dem. Hey, Schuhele. Haben wir mal wieder so einen Hoverer. Alter, geil. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Hoverer gesehen. Bist du, Tepper, da. Seit der ersten, na, oder? Seit der ersten Mission haben wir nicht mehr so einen Hoverer gesehen. Das ist lieb. Der gefällt mir. Er ist ja auch für einen Arsch, der Hoverer. Der hat ja gar keine Ausdauer, der Lustige. Und tschüss. So geht das. Bist du, Tepper? Aber trotzdem, Amarita, irgendwie Arsch. Amarita, trotzdem irgendwie für, irgendwie so richtig für den Arsch. Mach mal auf. Mach mal die Hiten da auf. Ich habe so das Gefühl, dass ich kriege einen Scheißdreck. Ich habe echt irgendwie so das Gefühl, ich kriege wirklich einen Scheißdreck da raus. Hm, Erinnerung. Erklärt mir das einmal mit dieser Unterwelt, weil ihr immer wieder davon redet. Würde mich interessieren, was ist denn das? Ist das so eine Art Endgame-Bereich oder so im zweiten Teil? Okay, gut zu wissen. Aber danke für die Info. Aber hier ist kein guter Farming-Spot, finde ich irgendwie. Ich kriege einen Scheißdreck an Amarita. Entweder liegt es an die Kodama, dass ich da nichts kriege. Oder dass sie einfach nicht wirklich viel hergeben. Stört mich gerade. Stört mich gerade. Da habe ich gerade in der anderen Hauptmission noch eine Länge mal Breite gefahren und da hier nichts. Ich habe auch gedacht, das ist... Na... Weißt du, was du eigentlich machen kannst? Wo du zu dritt unterwegs bist, den Anfang immer wieder, dann mit Absicht wieder sterben, dann wieder zurückgehen, dann wieder alles machen lassen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine interessante Methode, dass man quasi da auch vielleicht ein bisschen wenigstens farmen könnte. Bei der vorigen Hauptmission bei dem Oster mit der Schlange... Das wäre vielleicht ein bisschen leichter. Ah, das wäre wirklich alles dran. Oh, das wäre vielleicht eine große Wahrigung. hardships und da wieder zurückgehen. Der Havarer. Jetzt weiß es, wie es mir geht jedes Mal. Wenn irgendein Deppert der Wand am Start ist. Jetzt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es endlich. Uff. Uff, Leute. Uff. Was haben wir da wieder für einen Havarer? Und der 2 ist nicht gut genug. Der Typ ist mir nicht gut genug. Einfach genug. Einfach schmutz. Okay. Da war ich mir jetzt gar ein bisschen unsicher. Oh. Schaut irgendwie aus. Wie wäre da irgendwo der Boss? Ich glaube, da war eh auch. Da sind wir eh da so rein. Da sind wir dann gerade auf. Ja, ja, ja. Dann ist es eigentlich dort dann irgendwo. In dem Gebiet. Passt. Gut zu wissen. Und ab wann ist dann eigentlich quasi DLC? Muss ich dann quasi alle Missionen abgeschlossen haben? Oder muss ich nur die eine Hauptmission gemacht haben? Und dann geht es schon wieder weiter? Oder wie? Weil mich würde es ein bisschen interessieren. Weil... Einfach nur so DLC-technisch und alles. Ob es dann irgendwann noch quasi auch ohne, dass ich die besiege, weitergeht. Oder ob ich die besiegen muss. Auf gut Deutsch. Jetzt ist es ein bisschen zu deppert auf hier gewesen, da rein zu gehen. Okay. Da ist ja wirklich nichts. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, Wudi, nein. Tut's mich nicht immer alle quälen. Ich wollte mich einfach wieder nur quälen sehen. Digger. Tu es nicht. Oh, hi. 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 Ist es der Henker, wo ich eine Trophäe kriege? Frage nur für den Freund. Wohohohohohoho. Es sind so einige gestorben anscheinend bei dem Henker. Wenn ich das so mitgekriegt habe. Bist du deppert, Alter. Okay, passt. Danke, 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 danke. Huch. Genau jetzt. Genau jetzt, wo ich kein Ausdauer mehr gehabt habe. Danke. Also, ich weiß sowieso quasi, da ein paar gestorben sind, weil seine Axt ist nicht schlecht. Aber kann man besiegen. Kann man besiegen. Ja, man muss eigentlich quasi nur warten, wenn er quasi seinen Lauf macht und Tschüss, Baba. Finde ich persönlich. Man darf halt noch nicht getroffen werden. Wenn der Lauf ist am Start. Ja, das geht eh. Ein, zweimal und wieder weg. Ja, geht, geht, geht. Ist zwar wie ein Pussy-Verhalten, wenn ich jedes Mal weglaufe, aber das ist mir scheißegal. Das ist mein... So, kein Vieh. Okay. Ja, ja. Leit übertreiben lassen. Wo? Jetzt. Ja, 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 ja. Leit übertreiben, sonst bin ich's. Weil da kann irgendwas noch kümmern. Nur die Sessel sind ein bisschen nervig. Aber die retten aber auch. Die Sessel retten. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Da hat echt nicht mehr viel gefehlt, Tigi. Ja, wurscht. Auf ein neues, ich hätte gesagt. Ja, zu tragisch. Ins-Dance oder Insta-Kill. Deg, Alter, wie in Black Ops Zombies. Ha-wa-ra, Alter. Insta-Killer. Einfach beinahe die Insta-Killer rausgehört. Ja, dafür krieg ich aber wenigstens wieder ein paar Punkte. Jawohl. Jetzt hat sie wenigstens aus. Immerhin. Zwar sind's nicht so viele, aber... Darf schießen. Hä? Ha-ha! Immer diese Geräusche von er. Hä? Ha-ha-ha. Oh. Ja, doppelt gemoppelt. Ich lieb's das gleich zu zweit, oder was? Das ist jetzt ja wahnsinnig, oder? Das ist jetzt ja wirklich brutal, oder? Das ist ja Witz, oder? Das ist ein Schlimmeres wie so. Hm, 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 hm. Geh, lieber Isl-Ditzentmeier. So, jetzt haben wir dann oben noch den Ritter. Soll ich nochmal gegen ihn kämpfen? Ich weiß nicht. Ja, der Persona, aber ist auch noch am Start. Sehr schön, sehr schön. Na gut. Zeig einmal her, mich würde es nur interessieren. Okay, das ist was Normales. Gibt es auch irgendwas, was ich auch nutzen kann, oder? Ich frage nur für einen Freund. Wasserschutz, das, das, das. Ey. Aber da viel mit Vertrautheit und alles drum und dran. Vertrautheit ist aber extrem geil. Ja, ich will es nochmal wissen. Scheiß auf die Punkte. Basti, ich tschau tschau. Danke fürs Vorbeischauen und Dankeschön für die Beats. Du brauchst da mal nichts probieren, Havara. Aha. Ich kann zwar eh nichts von ihr nutzen, aber ich probiere es trotzdem immer wieder. Ha, 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 ha. So. Ja. Opa. Braucht zwar Ewigkeit, aber wurscht. Aufgeschissen. Ich hole mir da noch ein bisschen was. Ich hole mir da ein bisschen was. Wenn ich halbe Stunde brauche für ihn, ist mir das wurscht. Ja. Ja, ja. Endlich. Bringt mir aber Gefühl an Scheißtrick, Alter. Bringt mir aber wirklich Gefühl an Scheißtrick. Ja, das ist ein Wahnsinn. Immer dieser Schlagabtausch. Immer dieser ständige Schlagabtausch. Das ist ein Wahnsinn. Einmal eh, einmal ich. Einmal eh, einmal ich. Ja, ja. Ja. Das war ja genau meine Schuss. Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt machen wir ihn. Ja, er braucht schon wieder Ewigkeit, der Hund. Aber ich glaube, das wird nicht so großartig werden. Bist du, Depper. Drei Punkte. Gönnung, 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 gönnung. Gold könnte man auch definitiv gebrauchen. Oh, ja. Ja, das ist genau das Gleiche. Ja, das war mir eh klar. Aber vielleicht habe ich für andere Bereiche ein bisschen was gekriegt. Ja, okay. Ja, da habe ich zum Beispiel das noch nicht gehabt. Das ist gut. Ja, von den Werten sind sie alle ein bisschen weiter drunter. Aber mit der Vertrautheit und alles drum und dran, schaut es dann vielleicht wieder ganz, ganz anders aus. Ganz, ganz anders. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn das was anderes gehabt hätte. Ja. Nehmen wir mal wieder einen Wettstein. Ja, noch sicher. Gönnt man sich halt mal wieder. Keine Ahnung, ist volle Batterie, Alter. So gehört es sich. Mit der vielleicht jetzt ein bisschen leichter zu besiegen ist, was ich zwar ehrlich gesagt nicht glaube, aber passt schon. Wir sind trotzdem noch immer so heftiger Marsch wie vorher. Oh, der war ein bisschen motiviert, der Hoverer. Nimm da die, oder? Da muss ich auch was denken. Ja, den können wir auch jetzt. Oh, einmal nur. Genau, na immerhin, na immerhin. Ich sollte vielleicht dezent eher mehr schauen, dass ich meine Punkte wiederkriege. Ja, ich muss immer meckern. Braucht mich noch einer gescheit erwischen, ich bin es. Wenn ich immer wieder so teppert bin. Und dann mecke ich, warum ich so wenig Punkte habe. Ich muss immer meckern. Weil jetzt nach dem Höheflug muss ich meckern. Oh, da habe ich ihn gut erwischt. Komm, 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 jetzt wird es einmal wieder langsamer der Zeit, das kapierst, mein Freund. Jetzt, das ist nimmerleihon. Ja, na Gott sei Dank, endlich. So, ja, ich würde gerne was mitnehmen. Ich würde mich gerne mal ein bisschen so durchtesten gegangen, Henker. Dass ich da vielleicht irgendwas auszahlt, in der Hinsicht. Äh, das, 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 nope. Ja, nimmst. Na, 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 das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wir haben eh einen bestimmten Talisman. Oder nimm Blitz. Ja, von mir aus nehmen wir mal Blitz. Äh, ähm, 17. Achso, ich habe das Falsche. Oh, passt, 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 passt. Wird man zwar wahrscheinlich eh nichts bringen, aber ich versuche es trotzdem einmal. Versuch ist es jedenfalls wert. Hätte ich gesagt gehabt. Ja, damit ich nicht so weit laufen muss. Haben wir sich gleich dort auch noch hin. Alles klar. Na, dann schauen wir mal. Jetzt können wir wieder was erhören. Ja, servus, grüß du Schwule. Ja, ja, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Wenn es geht, mach das sogar noch einmal, damit ich mich so richtig schön revanchieren kann gegen dich. Mhm. Faultier wollte ich zwar ehrlich gesagt jetzt nicht benutzen, aber drauf schießen. So, dann stilles Wasser wollte ich gerade sagen. Hahaha. Das stille Wasser. Alles klar. Weg. Weg, 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 weg. Ja, okay. Jetzt ist er wieder normal. Ja, jetzt ist er wieder normal. Alles klar. Bisschen hinhauen. Weil das gehört ja dazu. Das brauchen wir ja. Sonst wäre es ja wieder zu schön, um wahr zu sein. Hat schon ordentlich gewucht, der Scheißdreck. Komm her, komm her, Digi. Ja, fix. Aufladen, aufladen lassen. Da ist es. Ja, Mann. Hahaha. Endlich mal wieder ein Gu... Ein Win. Endlich mal wieder ein Win, Digi. Ach du Scheiße. Es war... Es war schon mal langsam wieder Zeit. Es war schon mal langsam wieder Zeit am Win. Hahaha. Es war ja schon Wahnsinn, ey. Es war schon traurig. Es war schon echt traurig, mein Freund. Wo schlägst du hier, Lustiger? Nimmst du doch noch Dibina-Trottel? Noch ein recapitum? Äh, Zer메ief! Ska- flowsch of the platform to pay me, Yep. Ohhhh... Ohhhh... Du weißt, dass sie da ist, wies mal Ver IO, vor wie dizel für Fa комп darstellt hun meża, aber nur noch ein paar andere. �, Gleich wieder hohen Flug und gleich wieder rein in die Fresse. Hahaha. Hahahaha, safe, 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 safe. Gleich mal wieder rein in die Fresse, ja genau mal wieder, das kann ich nicht nutzen, fickt's euch. Jetzt kann ich alles in den Scheiß direkt investieren oder was? Das kann ja nicht alles scheißernst sein, oder das gibt's ja nicht. Alles in den Scheiß, fällt mir nicht, fällt mir überhaupt nicht. Wie schauen wir das? Das ist ja nicht grün, Alter, das interessiert mich ja nicht mehr. Alles was nicht grün ist, ist nicht gut genug mehr. Hahahaha, so jetzt wo die Pumpen mal gescheit nur noch Kaffee in den Körper hat, bau ich jetzt mal ein bisschen Wasser. So, huu, Kucki Mucki wär besser, aber pssst, ha ha ha, ganz teppert. Na gut, sollte da nicht normalerweise auch stärkerer sein, oder irgendwas in der Richtung? Normalerweise zwei Richter, waren da nicht immer nur zwei? Wo sind die? Ich sollte lieber meine Fresse halten, ich sollte lieber meine Fresse halten, die werden noch kommen. Hahahaha, da werden definitiv noch welche kommen. Mit dem, Alter, schau, wie er sich versteckt, der Unnötige. Wie er sich einfach da versteckt. So ein Huhn, so ein Huhn. Ist ja Wahnsinn, Alter, ist ja Wahnsinn. Uh, da gibt's wenigstens wieder was gratis. Das ist in der einen Tür, gell? Wo wir noch nicht drin waren. Das ärgert mich. Was macht der? Was macht der bitte in der Ecke? Tut mir leid, aber was ist mit dir, Schwule? Das gibt's ja nicht. Na, da haben wir schon mal wenigstens den Großen. Ich will nicht unbedingt, dass der mich stört beim Großen. Ja, endlich mal wieder der Axt-Hawara. Na schau. Ich will mal wieder wissen, wie der so drauf ist. Ob der 1-1 genau wie die Yo-Kai-Hawara sind, oder? Irgendwie noch mehr für alles. Also da gefällt mir der Schwert-Hawara besser. Einmal... Der hat mehr draufgehabt. Der hat definitiv mehr draufgehabt. Ohh, woah, woohu, woah! Aber das gibt's ja ned. Der will mich forschen, gell? Der will mich safe forschen. Der will mich doch wohl verarschen, das gibt es ja nicht. Ja, na, endlich, bis deppert, ich bin waschelnoss. Ich habe schon so lange nicht mehr so extrem geschwitzt beim Zocken, bis deppert. Ich muss dann später duschen gehen, oder? Bis, aber wirklich komplett waschelnoss. Bis zum Gehen nicht mehr, alles nass, ganzer Körper, ich merke das so richtig, wie wäre ich gerade in einer Sauna oder irgendwas? Oder wie wäre ich gerade von der Dusche rauskommen? So fühlt sich das jetzt gerade an, oder? Richtig grindig. Schützt er den Abraut, oder was? Die Kisten, da muss aber was richtig Gutes drin sein, oder wenn er die Scheiße da schützt. Ohoho! Ohoho! Jetzt bin ich aber gespannt. Zeig! 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 Und? Ja, yeah! Solange es nicht grün ist, interessiert es mich nicht mehr. Es gibt nur noch grüne Sachen, es werden nur noch grüne Sachen gezählt. Andere Sachen kenne ich nicht mehr. Schon wieder geschossen, Schorf. Ach du Scheiße, ich muss aufpassen. Ja, der kann eh, der kann eh gut schießen, der Haverer. Der Wappler. Ich wollte gerade sagen, in der Ecke ist scheiße. Ohoho! Oh nein, es gab, oh nein, es gab, der kriegt mich. Der Trattler. Was ist jetzt? W-w-w-w-w-w-was-was-was-was-was-was-was-was-was-was war das? Was war das Ding? Was war das? Was war das? da kann ich mir einfach die pappen ja kann die pappen schießen wird es halt leider nichts schade schade und wenn ich da in die pappen spritz also ich frage noch für einen freund also manche leute wollen die gehen dann auch vielleicht die zählen ein bisschen anders mehr ist doch feuer ja wir haben ja den hier ja 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 blitz hilft anscheinend das war ein guter angriff mein freund ja und abwarten ja mama sie ist ganz ganz chillig ganz ganz chillig ja da kommt wenigstens was gescheites dabei wenigstens wieder aussen oder was zum sammeln einfach nur deko ja schön und gut deko ja zeig mir da ich hab das ist wieder so ein wandgegner jetzt schwöre geht es wieder so ein wandgegner ach du scheiße aufpasst oder schau jetzt aber auch deppert immer wieder meine fähigkeiten da aktivieren das will man langsam wieder zeit meine freunde haben schon lange nicht mehr aktiviert schon lange nicht mehr wahrscheinlich werde ich die jetzt beim boss brauchen und ich gebe alles her super echt leihmann echt echt leihmann mach schnell auf schnell 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 wie das ausdutzen ja kann ich schon vergessen ist schon ist schon für ein arsch ist schon für richtig am arsch der gönnt sich jetzt aber gerade ordentlich der haverer ruhig bleib ruhig chef bleib ruhig ist ja wahnsinn es geht die ganze zeit er kriegt leben gilt nur noch leben der haverer es kann aber die ganzen nene 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 kommen wieder zurück es kann die ganze zeit so bleiben die ganze zeiten keep'em rauf und nur ein bissl was überhaupt kein thema der total merkt damit überhaupt nix was ich mir auch so denke so alter wie geht das Wie kann der nichts mitgekriegt haben? Kann ich wieder nicht durch. Ah, da komme ich hin, oder? Ah, da wartet sogar einer. Ich glaube schon, dass wir dort hinkommen, oder? Ja, oder wir kommen da safe dorthin. Bitte sag, dass ich dort hinkomme. Danke, dass ich ein Trachtel bin. Oh, 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 oh. Es muss wieder ausgenutzt werden. Sowas muss wieder ausgenutzt werden. Seine Haus, da ist eben Pokémon. Das ist richtig geil. Versuchen wir es wert.